Hallo, hier ist Christiane von Madame Jordan und ich zeige euch heute, wie man den Mistakes mit gekreuzten Trägern anlegt. Es gibt noch mehrere Methoden, aber das ist für mich die einfachste. Den Hüftgurt festmachen, einen Träger habe ich schon reingeklebt und nachdem ich mein Kind aufgenommen habe und das Rückenteil hochgeklappt habe, gehe ich in den einen Träger, den ich schon festgeklebt habe, rein. Positioniere ihn schön auf meiner Schulter und ziehe fest. Die andere Seite habe ich offen gelassen und zwar den angele ich jetzt von hinten und stecke ihn vorne mit dem anderen zusammen. Euer Kind ist in dem Moment aber schon sicher, sodass ihr euch keine Sorgen machen müsst. Das war's schon. Viel Freude beim Tragen.